Hallo und herzlich Willkommen am Telestammtisch. Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von wie passend Sleeping Dogs. Kurz zur Erklärung, ich freue mich ja immer mit meinen Kollegen zu podcasten. Heute, ja diese Aufnahme, wir stehen unter besonderen Voraussetzungen, denn ich bin es gewohnt, ich weiß nicht wie die Kollegen das machen, immer so ab 12 Uhr mittags zu podcasten und ja manchmal auch am Abend, das ist auch kein Problem. Wir haben es aber gerade mal 9 Uhr morgens und dementsprechend sind wir alle hier in der Runde noch ein bisschen mit Schlaf belegt. Aber wir dachten uns, hey das passt hier einfach zum Titel und ich begrüße erst einmal den lieben Zero. Hallo Zero. Wuff wuff. Es ist zu früh dafür Zero, wie oft denn noch, lass es doch bitte. Und der Chris ist auch da, hallo. Schönen guten Morgen, ich hatte mir eigentlich einen tollen Einleitungsspruch überlegt, aber dann hat mir Russell Crowe eine reingehauen. Das ist sehr ärgerlich. Ja, ich bin's du und vielleicht hört es mir ein bisschen an, meine Stimme ist ein bisschen belegt, aber wir kriegen das heute hin, Leute. Ja, Sleeping Dogs ist ein Thriller von einem Regisseur namens Adam Cooper, es ist sein Spielfilmdebüt als Regisseur. Der werte Mann hat zuvor hauptsächlich Drehbücher geschrieben, da lassen sich Perlen finden wie Assassin's Creed, also die Videospielverfilmung. Und der Film kommt am 29. August in die deutschen Kinos, Russell Crowe spielt die Hauptrolle und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen unfair, weil ich hab das Gefühl, Russell Crowe bekam in den letzten Jahren, drei, vier Jahren immer wieder so ein bisschen Hammer ab, weil er ist jetzt alt geworden, er ist auch dicker geworden. Gerade wenn man es vergleicht so mit seinen Paraderollen aus LA Confidential oder Gladiator fällt schon auf, der Mann ist halt wirklich etwas stömmiger geworden. Ich muss aber sagen, ich mag diesen alten Russell Crowe. Ich sage nicht, dass seine Filme, die er dreht, super sind, aber ich finde, der Mann hat, jetzt wo er 60 Jahre alt ist, einfach eine andere Art von Leinwandpräsenz, die ich eigentlich sehr feiere. Chris, wie siehst du das? Er wirkt auf alle Fälle natürlicher, authentischer im Vergleich zum üblichen Hollywoodstar, das stimmt schon. Also jeder andere Hollywoodstar in dem Alter wendet alles Mögliche an Maßnahmen an, seien es natürliche wie Sport und Ernährung oder auch unnatürliche wie plastische Chirurgie, um dem Altern zu trotzen und immer noch jung, vital und sexy zu wirken. Russell Crowe sieht langsam aus wie dein alternder Onkel, dem er zweimal im Jahr begegnet, an Weihnachten und am Geburtstag, der da sitzt und sich volllaufen lässt und es kaum erwarten kann, wieder nach Hause zu gehen. Und der hat so eine Trotzigkeit diesbezüglich. Man hat irgendwie auch den Eindruck, das ist Russell Crowe auch komplett egal, dass der nicht mehr so aussieht wie zu Gladiatorzeiten. Ja, jung, vital und sexy und volllaufen lassen. Also die Überleitung schreibt sich ja für mich schon selbst. Wie ist deine Meinung zu Russell Crowe? Ja, okay, da habe ich verdient. Okay, ich nehme es so auf. Ja, ich muss sagen, dass ich den jetzt nicht so als Onkeltypen finde. Ich stelle mir eher vor, dass ich gerade so Russell Crowe bin in den nächsten fünf bis acht Jahren. Grundsympathisch, relativ fühlend dauerstramm und immer leicht aggressiv. Aber ich finde auch gerade jetzt durch seine, ich nenne es mal nicht alterbar, durch seine Reife, finde ich, kommt ja gerade schauspielerisch, finde ich noch besser zur Geltung. Und ja, ich finde gut, er altert halt in Würde. Das machen halt nicht viele, gerade in Hollywood. Und dadurch, mir kommt er damit wie so ein richtig schöner, guter Vino vor. Er altert und reift schön voran und aber immer schön mit dem gewissen Etwas. Und dadurch, finde ich, das haben auch seine neueren Filme. Also er zumindest in den Rollen. Die Filme vielleicht nicht immer, aber er ist letzte Zeit, finde ich, vom Schauspiel deutlich besser geworden, als ich früher teilweise fand, wo ich ihn immer nicht ganz so gut fand. Ich muss ja sagen, ich finde es irgendwie ganz amüsant, dass er von seiner Präsenz her mir jetzt irgendwie wirklich am besten gefällt. Aber die Filme, die er halt jetzt dreht, sind leider schwächer. Auf der anderen Seite, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, einen kugelroten Gladiator irgendwie zu sehen, aber wir haben schon im Vorgespräch gemutmaßt, das wäre bestimmt ganz witzig. Aber okay, kümmern wir uns mal um Sleeping Dogs. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, aber als ich gesehen habe, dass der hier in die Kinos kommt, war ich ein bisschen verblüfft, weil als ich so den ersten Schmähler gesehen habe, das sah für mich schon im Vornherein aus wie so ein Streaming-Film. Und ich glaube ja, dass er auf ganz vielen Märkten auch im Streaming ausgewertet wird oder als VOD erscheint. Und ja, Chris, wie war es bei dir? Hast du dich gewundert, dass der hier ins Kino kommt? Und hat es dich gefreut oder hat es dich eher verwundert? Es hat mich extrem verwundert, weil bis wir die Mail hatten oder beziehungsweise die Ankündigung bei uns auf Discord, dass eine Pressevorführung stattfinden wird, hatte ich davor nichts von diesem Film gehört. Und du liest den Titel, du liest die Synopsis, du siehst Russell Crowe, du siehst also nichts, was jetzt irgendwie großartig Zuschauer dazu bewegen könnte, ins Kino zu gehen. Und du denkst dir, ja, ist das so ein Ding, das sich ins Kino verirrt hat oder eventuell gar nicht erst so richtig ins Kino kommt oder nach einer Woche wieder verschwindet und sofort zum Streaming wandert? Und deswegen habe ich mir auch gedacht, das ist wahrscheinlich so ein rein europäisches Ding und in Amerika kommt der noch nicht einmal ins Kino. Ja. Zero, was hast du dir gedacht, als du von Sleeping Dogs gehört hast? Also ich habe den ja schon relativ früh gesehen, der kam ja irgendwann am Anfang, Mitte März, lass mich lügen, in den Niederlanden schon raus und in den USA. Und wir sind ja ganz late to the party diesmal und er ist ja auch schon digital erschienen, auch halt in England. Und ja, es ist halt immer schwierig. Ich finde, so eine Auswertung fürs Kino lohnt dann immer schon nicht, wenn es den halt digital auf anderen Märkten heutzutage schon gibt. Weil da gibt es ja durch VPN immer Möglichkeiten, dass man die Filme schon schauen kann. Und ich glaube auch nicht, dass der an den Kassen, ob er jetzt gut oder schlecht ist, mal dahingestellt, aber was abreißen kann, wenn du den halt digital schon dir anschauen kannst. Das ist halt ein bisschen schade. Aber ich habe eigentlich relativ früh gehört von dem und dachte auch, gerade von der Filmprämisse, die wir nachher kurz erörtern, war ich eigentlich doch interessiert, weil ich das immer ganz interessant finde, um was es da geht. Aber ja, es ist halt unnötig, den ins Kino zu bringen, meiner Meinung nach. Ja, und ich merke gerade, das wird ein super Podcast, weil die Überleitung klingt mir nur so zu Prämisse, das heißt Synopsis. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz erklären oder Chris wird uns erklären, Sleeping Dogs, worum geht es eigentlich? Roy Freeman ist ein ehemaliger Mordkommissar, der unter sehr fortgeschrittenem Alzheimer leidet. Es ist so schlimm, dass er in seiner Wohnung überall Beschriftungen ankleben muss, an Gegenstände, wie man sie benutzt, über dem Spiegel, wo sein Name steht, die Routinen, die er hat, welche Pillen er wann einnehmen muss. Das beschriftet er alle auf kleinen Post-its und klebt sie an die Wand, an Gegenständen oder eben auch an den Spiegel, um überhaupt noch im Alltag funktionieren zu können. Und dann wird ihm von seinem Arzt eine bestimmte Therapie vorgeschlagen. Er bekommt etwas in seinen Kopf eingesetzt, was die Hirnströme irgendwie stimulieren soll. Und ihm wird auch geraten, sich zu beschäftigen, sich abzulenken, damit diese Therapie auch Wirkung zeigt. Und da fällt ihm praktischerweise dann auch etwas zu, was ihn sehr beschäftigt, nämlich ein alter Fall wird wieder aufgerollt. Ein junger Mann, der kurz davor steht, die Todesstrafe zu erfahren, möchte mit ihm sprechen und sagt ihm, dass er unschuldig ist. Und Freeman wundert sich und sagt, du hast doch ein Geständnis abgelegt. Und der junge Mann sagt, das war aber nicht so, wie ich es damals gesagt habe. Ich stand unter Druck und es war jemand anderes, der diesen Mord begangen hat. Daraufhin fängt Roy an zu recherchieren, stößt auf diverse Persönlichkeiten, die in diesen Mord verwickelt waren und fängt auch selber langsam an, daran zu zweifeln, ob das Urteil richtig gesprochen wurde und ob die Sache nicht komplett anders ablief. Und vor allen Dingen, inwieweit er selbst in diesem Fall verwickelt war, denn er selbst kann ja nun mal auch seinem Gedächtnis nicht mehr wirklich vertrauen. Ja, vielen Dank. Also ich musste gleich an Memento denken, aber... Ja, aber das ist ja auch klar, aber gerade deswegen, hatte ich ja vorhin schon angerissen, deswegen war ich ja schon interessiert, als ich von denen gehört hatte, da geht es um die Sachen. Ich finde das als Thema schon immer ganz interessant, weil das hast du ja unhäufig jetzt auch nicht in letzter Zeit, aber doch seltener als so den ganzen Einheitsbrei. Und ich finde das immer ganz gut, dass man da auch vielleicht manchmal ein bisschen miträtseln kann. Okay, also das finde ich jetzt, was meinst du mit Einheitsbrei? Ja, du hast ja jetzt diese 0815 Actionfilme oder irgendeinen Thriller, wo es halt nur darum geht, ganz straight den Mörder zu suchen. Und bei dem Film hast du ja immer jetzt hier, wenn es gerade um so Gedächtnisverlust geht, hast du meistens auch noch einen Erzähler, der aber nicht kohärent ist, der dir halt Sachen hinschmeißt, die jetzt stimmen können oder nicht, weil er es ja selber auch nicht weiß. Und halt einzelne Puzzlestücke, die sich dann zusammenfügen, finde ich halt deutlich interessanter, als wenn du eine straighte Story hast und eigentlich da sowieso schon ab der Mitte weißt, okay, ja, das spielt sich da auf hinaus. Der eine war es und wir warten nur noch, bis es aufgedeckt wird von unserer Hauptfigur, die vielleicht nicht ganz so clever ist wie der Zuschauer. Das finde ich bei so einem Film, wie jetzt auch Sleeping Dogs, deutlich interessanter, weil das halt ein bisschen verschachtelter noch ist. Also, ich hatte manchmal das Gefühl, der Film versucht mir klarzumachen, dass wir es hier mit einem subjektiven Erzähler zu tun haben. Aber ich sage es gleich voraus, ich glaube, ich bin derjenige aus der Runde, der mit dem Film am wenigsten anfangen konnte. Und das liegt auch daran, weil ich halt finde, dass dieser Film aus meiner Perspektive wirklich nichts wirklich besonders gut gemacht hat, nichts besonders überzeugend gemacht hat. Ich fand den wirklich, also einheitsbreit trifft es ganz gut, ich fand den einfach so, boah. Ja, also, es gibt verschiedene Faktoren, warum ich mit dem Filmix anfangen konnte. Und einer davon ist halt, ich finde, der Film sieht nicht besonders gut aus. Also, der ist nicht hässlich, aber ich finde, der sieht halt wirklich für mich mehr nach einem Streaming-Titel aus und weit weniger nach Kino, weil der Regisseur Adam Cooper es auch irgendwie nicht richtig gut hinbekommt, dieses Verlorensein der Hauptfigur zu visualisieren. Und da kann man gerne mal Memento rannehmen. Bei Memento hast du jedweder die Zeit des Gefühls, dass du irgendwie ein bisschen verstehst, wie sich Guy Piers Figur gerade fühlt. Bei Sleeping Dogs, ja, trottet da ein älterer, sympathisch netter Bär umher, der aussieht wie Russell Crowe und fragt Leute. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand, also ich konnte in diesem Film nichts Spannendes für mich rausholen. Chris, was sagst du zu, fang mal mit dem Look an, was sagst du zum Look des Films? Ach, der Look ist routiniert. Der Look reißt keine Bäume aus. Er versucht halt, hier und da gibt es ein paar visuelle Spielereien, wenige. Ansonsten hat das eine recht konservative Inszenierung, weil man hier auch mit der Inszenierung nicht großartig vom Plot ablenken will. Aber um kurz auf den Plot an sich zu kommen. Zero, in der Theorie gebe ich dir recht. Das ist ein Film, der will kein straighter Thriller sein, wo wir den Cop haben, der ermittelt, um den Mord aufzuklären. Deswegen eben dieser Punkt mit dem Alzheimer, der Hauptfigur, um das Ganze eben interessanter zu gestalten, um Fiktion, Einbildung, Realität miteinander verwischen zu lassen und um halt die Frage aufzuwerfen, inwiefern wird ihn das beeinträchtigen bei der Aufklärung des Falls. Das ist hier in der Theorie so. In der Praxis weiß der Film, das überhaupt nicht geschickt einzusetzen. Also das ist halt klar, Memento ist das Paradebeispiel dafür, weil Nolan halt arbeitet wie ein präzises Uhrwerk und diese Idee halt auch vom Intellekt her so clever, wie es nur geht, umsetzt und sich auch hundertprozentig Gedanken macht, wie genau würde das funktionieren und so weiter und so fort. Das hier ist halt, wir schmeißen dieses Gimmick rein, dass unsere Hauptfigur sich ja nicht mehr erinnern kann und nicht weiß, was es war und was es nicht war und das kommt hier und da zum Einsatz, damit die Story ein paar Haken schlagen kann. Und das ergibt nicht immer Sinn und mal setzt es ihm zu, mal setzt es ihm nicht zu, so wie das Drehbuch es gerade verlangt und dann müssen wir das natürlich beibehalten, weil wir das am Ende für einen großen Twist benutzen können, den man jetzt als vorhersehbar empfinden kann oder auch nicht. Es war nicht das erste, woran ich gedacht habe. Andere, die bei uns in der PV waren, haben diesen Twist sofort erahnt. Das ist jetzt beliebig, kann jeder selber so sehen, wie er möchte. Aber ja, der Film ist für mich ein Beispiel für das, er gibt sich cleverer, als er ist oder er wäre gerne cleverer, als er tatsächlich ist, weil eine Kollegin, die in der PV war, hat es sehr gut beschrieben. Sie nannte es Kino-Alzheimer. Also das funktioniert das Konzept von vorne bis hinten nicht, weil mal kann er sich an Dinge erinnern, die wichtig sind für diesen Fall, aber dann kann er sich wiederum nicht an alltägliche Dinge erinnern, was er dann und dann machen muss oder was da und da in seiner Wohnung liegt. Und das ergibt einfach ein sehr unrundes, unglaubwürdiges Bild davon, wie diese Krankheit hier gezeichnet wird und wie weit es ihn beeinträchtigt. Es hat immer sowas von, wir setzen es ein, wenn wir es gerade brauchen, aber wir können kein authentisches Bild davon schaffen, wie es ist, wenn jemand 24 Stunden am Tag mit sowas zu kämpfen hat. Ja, also ich möchte es dem Film gar nicht vorwerfen, dass er halt Alzheimer so nutzt, weil es ist okay, es ist immer noch ein Versuch eines Thrillers, aber ich fand auch, dass diese Radikalität dieser Krankheit nicht wirklich genutzt wird und das mit dem Kino-Alzheimer stimmt wirklich perfekt. Also es gab wirklich Momente, wo ich mir dachte, okay, das lieft jetzt gerade so noch ein bisschen nach arger Konstruktion, dass ich ausgerechnet jetzt daran erinnern kann, aber irgendwie die Fernbedienung liegt in der Mikrowelle. Das hat für mich nicht funktioniert und ich muss auch sagen, der Film versucht ja auch so eine gewisse dramaturgische Fallhöhe irgendwie zu implementieren, aber dafür waren mir dann auch alle Figuren, die da auftauchen, echt zu egal. Ich konnte mit keiner Figur irgendwie connecten und deswegen war es für mich so, dass ich halt die rund 100, 110 Minuten der Film geht, da saß und relativ schnell für mich gemerkt habe, da gibt es nichts an diesem Film, das mich irgendwie fasziniert, begeistert oder interessiert und von daher war Sleeping Dogs für mich ein Film, wo ich wirklich sagte, der funktioniert bei mir nicht. Und ich muss auch sagen, ich verstehe nicht, warum der bei uns in die Kinos kommt, weil, wie gesagt, er sieht nicht nach Kino aus und er ist auch nicht wie Kino inszeniert, weil das klingt immer so faszinierend, wenn man so sagt, so ja, er schreibt sich irgendwie dann, mein Name ist Roy Freeman in den Spiegel, aber ich finde, dass der Film auch wirklich komplett durchgängig, komplett platt, fantasielos und inspirationslos inszeniert worden ist. Und das ist schade, weil du kannst ja wirklich mit dieser Facette der Erinnerung auch wirklich spielen und da muss man sagen, also finde ich zumindest, da merkt man auch, dass der Werte-Regisseur Adam Cooper auch einfach vielleicht noch gar keine Erfahrung hat in diesem Metier als Regisseur. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt, könnte man sagen, weil eure Meinung, wird richtig schlimm noch, ich glaub mir. Nee, aber ich finde, ich finde das halt wirklich komplett anders teilweise, also er hat mich ganz stark an so alte Schwarz-Weiß-Klassiker erinnert ein bisschen, also von dem Film-Oa-Taste her, es kommt dann auch noch eine Femme Fatale mit rein. Also ich konnte da richtig mit viben, ich muss auch dazu sagen, ja, der Look ist, der ist nicht geil, also ich würde den noch nicht mal als Streaming-Dienst schicken, das ist eher schon so wirklich gleich DTV-Ware, den Look haben sie nicht hingekriegt. Und dass der Regisseur nicht erfahren ist, ja, will ich ihm aber auch nicht so vorwerfen, da ist bei mir immer, da kriegen die Leute vielleicht eher nochmal einen halben Punkt besser als schlechter, weil die müssen ja auch irgendwo anfangen und meistens auch nicht, was mir gefallen. Aber gerade, was mich gefesselt hat, wo du gesagt hast, da war nichts Geiles, ich finde allein schon das Schauspiel von Russell Crowe, das fand ich wieder richtig stark. Also du hast ihn wirklich angesehen im Gesicht, dass er ja die Sachen, dass er da im Kopf nachdenkt und sich anstrengen muss, um den Gedanken zu fassen zu können, das fand ich optimal. Also Russell Crowe ist auch, glaube ich, der einzige Punkt, den ich wirklich komplett positiv hervorheben würde aus diesem Film. Das war der Grund, warum ich dem Film immer noch ein bisschen was abgewinnen kann, weil ansonsten, finde ich, ist der Film für mich schauspielerisch auch wirklich, ja, ich muss es sagen, fast schon ein bisschen desaströs, das ist ein schweres Wort für die frühen Morgenstunden. Es spielt ja noch Karen Gill mit, die kennen wir unter anderem hier aus Guardians of the Galaxy und die habe ich schon in ganz vielen Rollen gesehen und die fand ich auch immer gut, aber die spielt die von dir angesprochene Femme Fatale. Und ich weiß nicht, also man kann natürlich argumentieren, das ist absichtlich so übertrieben, weil es nach den Noir aussehen soll, aber da muss der restliche Film auch danach wirken. Und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ja, wir sehen es halt aus der Perspektive von Russell Crowe's Charakter und deswegen ist das alles so theatralisch und übertrieben, aber dafür ist der Film mir dann in der Hinsicht nicht konsequent genug. Ich muss wirklich sagen, dass ich schauspielerisch und ich möchte niemandem was Böses, aber ich finde Karen Gillen, die hat hier ein paar Szenen, wo ich wirklich dachte, die arme Frau. Also das fand ich wirklich unter aller Kanone. Chris, wie hast du das Schauspiel wahrgenommen? Ja, Russell Crowe ist, sagen wir mal so, Russell Crowe erdet das Ganze hier, denn wir haben es nach der Presseverfügung ja auch gesagt, diese ganze Idee hier, die taugt eigentlich auch für eine rabenschwarze, politisch völlig unkorrekte Komödie. Von wegen der Alzheimer Detective, der Detective, der rumrennt und nicht weiß, wo er gerade ist oder wen er gerade befragt. Das könnte, wenn man richtig gemein ist, auch ganz schnell ins Komische umkippen. Aber Russell Crowe's Performance hier gibt dem Ganzen schon eine gewisse Würde. Er hat damit zu kämpfen, aber es wird niemals theatralisch. Er gibt sich Mühe, diesen Fall auseinanderzunehmen und zu verstehen, aber es wird niemals in einer Art und Weise präsentiert, wo er das in seiner Form darstellt, dass es zu unglaubwürdig ist. Also er kann eigentlich das Unglaubwürdige an diesem Drehbuch mit seiner Performance ganz gut ausbalancieren. Er ist praktisch hier das gute Gegengewicht gegenüber dem, was Regisseur und Skript einfach nicht so richtig bringen. Bei allen anderen haben wir Figuren, die sind halt laufende Klischees, da gebe ich dir vollkommen recht. Die wirken, als hätte man die aus anderen älteren Filmen geklaut und hier reingesetzt. Der arrogante, womanisende Universitätsprofessor Dr. Weider, gespielt von Martin Xokas, der halt auch schmierig auf der Stirn stehen hat. Dann Karen Gillans Figur, die halt so eben als femme fatale inszeniert wird und eben auch als undurchsichtige Figur, der man nicht trauen kann. Die hat dann auch teilweise hier und da so ein paar Blicke und ein paar Lines, die wirken halt extrem aufgesetzt, wo du dir denkst, ihre Figur versucht dir gerade, andere Figuren zu täuschen und sie kann noch nicht einmal mich als Zuschauer täuschen. Die anderen Figuren, die geben einem alle überhaupt nichts. Auch der, der grießgrämige ältere Partner von Roy Freeman, der hier eingeführt wird, gespielt von Tommy Flanagan. Ja, also das Figurenkarussell ist hier extrem schwach. Russell Crowe ist hier die einzige starke Präsenz und das trägt auch dazu bei, dass man hier niemals wirklich einen Bezug dazu findet. Und dass einem auch das Aufklären des Mordes und was hier wirklich passiert ist, einen niemals wirklich mitreißt. Ja, also es war mir auch so, ich finde es halt immer ganz bezeichnend, wenn ich einen Krimi oder Thriller sehe und mir es irgendwann auch irgendwie egal ist, wer jetzt der Täter ist. Und das hatte ich jetzt hier. Ja, also ich fand die Auflösung, ja die war okay, also ich bin auch in dem Team, der, ich habe jetzt auch nicht zuerst daran gedacht, dass es das ist, aber ich muss auch sagen, es ist auch keine Auflösung, die jetzt nach Heureka schreit, das hatten wir noch nie, aber es ist zweckmäßig, es ist business as usual, es ist solide eigentlich. Aber ich finde, dass der Film halt relativ wenig dafür tut, dass ich als Zuschauer am Ball bleibe. Oder, Zero, war es bei dir anders? Und ich weiß, die Antwort dautet ja. Wenn ich euch höre, wird mir Hunde elend hier. Das liegt aber Alkohol, Zero, es liegt nicht an uns. Ja, das, naja. Schlafen hilft. Ich bin auch langsam hundemüde. Nee, aber, ja, ich sehe es halt wirklich relativ anders. Ich fand es halt gerade gut, der fühlt sich für mich halt wie aus der Zeit rausgefallen aus, das stimmt. Ich finde, es könnte auch sein, ein paar alte Männer setzen sich zusammen, holen sich noch ein junges Mädel als Femme Fatale dazu und drehen jetzt einen Film. Aber ich fand das gerade mal wieder erfrischend, dass der halt sein Ding in dem Punkt, obwohl er ja viele Verwirrungen und Abzwagungen hat, dann doch aber so durchzieht. Und da jetzt, ja, auf gut Deutsch da einen Fick drauf gibt, ob das jetzt heutzutage noch political correct oder sonst was ist, er zieht das einfach durch. Und ja, mit dem Twist, Herrgott, ich sag mal 20 Minuten oder 30 Minuten vor Ende, man merkt schon, in welche Richtung das geht, merkt man, finde ich, schon relativ schnell. Weil, wie es dann beim Ende aufgelöst wird, da war ich auch noch ein bisschen überrascht. Aber ich fand gerade den Weg dann dahin, dass da noch eine Figur dann reinkam und dann wurde der nochmal befragt. Das hat da so ein bisschen das Salz in der Suppe ausgemacht. Also ich konnte da wirklich gut mit relaten. Und also ich würde mich jetzt auch, ich bin jetzt auch nicht die komplett hellste Kerze auf der Torte, aber ich würde mich jetzt auch nicht dumm darstellen. Und das hat mich halt trotzdem für die Zeit, also ich sag mal 20 Minuten kürzer hätte es auch wirklich sein dürfen, aber sonst hat mich das halt auch trotzdem gut unterhalten noch. Und ja, fand den nett. Ja, ich glaube, das ist halt eben einfach mein Problem. Ich fühlte mich halt einfach nicht unterhalten, also wirklich gar nicht. Ich fand den jetzt nicht in der Hinsicht schlimm, dass ich kotzen möchte, das nicht. Da habe ich dieses Jahr und davor die Jahre echt schon schlimmere Titel gesehen. Aber das ist für mich so ein Film, wenn ich den nicht im Kino geguckt hätte, sondern auf irgendeinem Streaming-Dienst, da wäre ich aber mehr als einmal aufgestanden und zuletzt hätte gegangen. Ganz klar. Also das ist für mich kein Film, der halt in irgendeiner Weise etwas Besonderes schafft. Und das ist schon schade, weil ich eigentlich so von der Grundthematik her steckt da schon vieles drin. Und sie lassen auch ein paar interessante Aspekte einfach fallen. Also zum Beispiel auch diese Sache, diese Operation, die er hat bekommen, damit er sich wieder erinnert. Und das wird auch so, also ich verstehe nicht, warum es drin ist, aber man hätte das auch sagen können, pass auf, du kriegst jetzt Tabletten. Warum war es eine Operation? Das sind so Kleinigkeiten, die ich mich gefragt habe, die rückblickend irgendwie, ja, keinen Sinn gemacht, klingt jetzt falsch, aber die so nicht notwendig gewesen wären. Und das führt auch dazu, dass der Film, obwohl er ja auch einen sehr beschränkten Figurenkosmos hat, irgendwie immer ein bisschen was Aufgeblähtes hatte. Oder Chris, wie siehst du das? Ja, absolut, ja, das stimmt. Wenn man bedenkt, dass es gar nicht so viele Figuren sind, die da miteinander verworren sind, hätte man das sehr viel straffer inszenieren können. Also, das ist das Ding. Diese Figuren sind schon eindimensionale Klischees, alle nicht sonderlich interessant, dann kriegen sie aber auch noch so unglaublich viel Raum, um ihre Geschichte, ihren Aspekt zu erzählen. Und das hätte sehr viel straffer, sehr viel temporeicher inszeniert werden können. Beispielsweise, da ist ja ein Mann, der im Haus des ermordeten Professors gearbeitet hat, der war irgendwie Gärtner oder sowas. Das war ein traumatisierter Kriegsveteran und dieser Professor hat sich seine angenommen, hat ihn therapiert und hat ihm einen Job gegeben. Und Roy Freeman sucht ihn dann auf und du bekommst dann seine Sicht der Dinge geschildert. Und das wird auch episch breitgetreten. Und dabei ist das, was der zu erzählen hat, gar nicht inhaltlich A, so wichtig und B, auch nicht so enorm viel an Plot, dass man dieser Figur auch noch so viel Raum eingeben muss. Also, ich fühlte mich von der Inszenierung teilweise hier echt manchmal an so einen Krimi erinnert, den du hier bei uns in den Öffentlich-Rechtlichen sehen würdest. Wenn man bedenkt, wo das hier spielt, in welchem Alter die Charaktere sind, was hier auch durch die Figuren für ein Weltbild gezeigt wird und wie gemächlich der halt dann von Figur zu Figur übergeht. Ja, das hatte was von einem ARD-Krimi teilweise. Und so ein Film sollte sich doch über dieses Niveau zumindest erheben können. Vor allen Dingen auch mit der Prämisse und dem Alzheimer-Gimmick, nenne ich es jetzt mal. Aber, ja, man hat wirklich auch gemerkt, nachdem am Anfang die Prämisse etabliert wurde, da war das Interesse geweckt. Nachdem dann wirklich dann die Ermittlungen starten, dann tritt der aber auch ordentlich auf die Bremse. Und das war dann für mich dann auch der Punkt, wo ich nicht mehr richtig mitgehen konnte. Okay, kein Widerspruch von Zero. Ich glaube, wir haben es geschafft, wir haben Zero gebrochen. Nein, nein, ich denke gerade nach, was für einen dummen Hundegeck ich hätte bringen können, aber fällt mir kein ein. Aber gerade auch, wo ihr von der Inszenierung gesprochen habt. Es ist ja ein Kapitel aufgeteilt und gebe ich euch recht, ein paar Figuren, die hätten jetzt kein einzelnes Kapitel gebraucht. Auf jeden Fall nicht in dieser ausgeweiteten Länge, weil die werden danach beim Ende weder zu wenig genutzt oder es sind halt komplett uninteressant. Aber genau das ist es doch eigentlich auch, wenn auch normaler Detective irgendwo ermittelt, der muss halt Hans und Kunz fragen, Katz und Hund, wer da jetzt dran mit verwickelt ist. Und das sind nicht immer die, die beim Ende wirklich wichtig sind. Und da finde ich, dafür hat er den Rahmen aber trotzdem noch so eingeengt, dass es gerade noch im Interessanten bleibt und er halt nicht noch jeden dritten Passanten mit befragt. Ja, und ja, gerade diese Kapitelunterteilung, finde ich, hat das das schon wieder ein bisschen, für die Einteilung ein bisschen besser gemacht, also dass das schön gestaltet ist dadurch. Ich fand ja diese Kapiteleinteilung irgendwie richtig furchtbar, ich weiß nicht. Also zum einen fand ich, sah das immer pottenhässlich aus, zum anderen hat es für mich den Erzählfluss immer ein bisschen gestört. Und es hatte immer so eine, ich weiß nicht, ich finde ganz viele Filme, die sowas machen und so auf Kapitel setzen, das wirkt immer so ein bisschen gewollt wie so eine Pseudotiefe. So seht her, wir sind anspruchsvoll, wir teilen unsere Geschichte in Kapitel auf. Und das hat für mich auch wirklich nicht funktioniert und mir war klar, so kurz erklärt, die Kapitel heißen halt immer so, wie die Verdächtigen, um die es dann gerade geht. Und dann war halt klar, ja klar, das letzte Kapitel wird Roy Freeman heißen. Und das weiß ich, also ich möchte nicht sagen, dass es vorhersehbar war, dass das nicht, aber es war so, es war unglaublich flach und eindimensional. Also der ganze Film ist so und das hat mich halt wirklich gestört und das ist schade, weil so von der Grundidee her reißt das jetzt auch keine Bäume aus, aber von der Grundidee her klingt das ja nach einem durchaus soliden Thriller, nur für mich war das halt eben wirklich nichts. Es war für mich wirklich, Schlaftablette ist jetzt zu hart gesagt, weil wie gesagt, der Film hat immer noch Russell Crowe. Und wenn ihr Russell Crowe Fan seid und Poster von dem immer noch im Schlafzimmer hängen habt, dann guckt euch den gerne an, weil der Mann hat einfach diese, wie wir schon gesagt haben, zu Beginn des Podcasts, diese Präsenz und die kriegt man hier auch vollumfänglich. Aber alles andere ist wie gesagt für mich flach, eindimensional und wie passend, vergessenswert. Das klingt jetzt schon so ein bisschen wie nach einem Fazit, aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwas, was ihr loswerden wollt. Nein, im Großen und Ganzen haben wir alles gesagt. Also es ist ein Film, der sollte grundsätzlich nirgendwo einen Kinostart bekommen, klingt jetzt hart, aber den kann man sich wirklich eben an einem Abend zu Hause gut geben, gemütlich auf der Couch mit einem Tee und einer Decke. Und wenn man halt Krimi-Fan ist, kann man da ein bisschen miträtseln, es ist ja jetzt nicht komplett, der Krimi-Plot an sich ist ja jetzt nicht komplett schlecht oder zu vorhersehbar geschrieben. Da kann man ein bisschen miträtseln, wie gesagt, kann man seinen Spaß mit haben. Als Russell Crowe Fan sieht man halt eine weitere wirklich solide Performance von ihm. Aber die erwähnten Probleme, die sorgen halt dafür, dass man sagen muss, es gibt in der Richtung 100.000 Filme, die sind so viel besser und die nutzen auch das, was sie haben, besser und die sind interessanter inszeniert, flotter inszeniert, haben auch interessantere Figuren, haben mehr Tiefe. Das alles fehlt hier halt, dass das hier doch insgesamt zu einem ziemlich zähen Erlebnis wird. Und von daher, wie gesagt, für Krimi-Fans oder Russell Crowe-Fans würde ich sagen, gebt euch den mal an einem verregneten Nachmittag. Aber ansonsten nein, ist das wirklich nicht die Aufregung wert. Ja, Zero, haben wir dich jetzt, haben wir es geschafft, haben wir dich endlich von unserer Meinung überzeugen können, von der einzig wahren, richtigen Meinung? Oder bist du immer noch so verrückt und glaubst, dass du den Film gut findest? Also noch nicht mehr, wenn ihr es mir Doggy geben würdet, würde ich meine Meinung umändern zu dem Film. Und eigentlich wollte ich nur dazu noch sagen, Russell Crowe, ich freu mich, dass der das gespielt hat, weil ich finde den richtig herausragend da drin. Also sehr gut, herausragend ist auch übertrieben. Aber es waren ja, da finde ich mal eure Meinung interessant, es waren ja angedacht Mel Gibson und Nicolas Cage. Wow. Hättet ihr die eher in dem Film gesehen? Weil Schauspieler, das können die beiden ja auch was, das ist ja keine Frage. Also Nicolas Cage, der ist ja gerade wieder so in aller Munde. Und man vergisst dabei ja auch, dass der auch mal solche Filme gedreht hat. Also die jetzt sich nicht besonders auf irgendwas herausstechen. Mel Gibson hätte, glaube ich, besser gepasst als Nicolas Cage. Aber letztlich würde ich sagen, dass der Film gescheitert ist. Zumindest für mich liegt tatsächlich halt mehr an der Regie. Das heißt, vom Darsteller her, glaube ich, hätte sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert. Wenn du ein Lichtes Cage genommen hättest, wäre es ein bisschen was anderes gewesen, wenn du mehr Gipsen genommen hättest. Kurt Russell wäre bestimmt auch ganz nett gewesen. Ich hätte aber auch ganz gerne die Chris gesehen. Das wäre ja auch interessant. Chris als Alzheimer-Kopf, der ermittelt. Chris, das wäre doch was für dich, oder? Ja, ich habe nichts dagegen, mir den Kopf kahl zu scheren. Ich hatte in der Vergangenheit ähnliche Frisuren. Also ich bin da auch in keinster Weise eitel. Hätte ich gerne gemacht. Aber ich finde auch, also diese Figur, abgesehen davon, dass sie Alzheimer hat, ist ja nun mal auch wie alle anderen Figuren nicht sonderlich interessant geschrieben. Von daher, Mel Gibson hätte das ähnlich gespielt wie Russell Crowe. Nicolas Cage hätte vielleicht hier und da ein bisschen mehr aufgedreht in bestimmten Szenen. Aber ja, den Darsteller zu wechseln, nee, das hätte jetzt wirklich nicht viel verändert. Das sehe ich auch nicht jetzt als den großen Faktor an, der dafür rausgerissen hätte. Da fallen einem diverse Namen ein, die das hätten genauso spielen können. Weil ja nun mal auch hier man ganz klar sagen muss, die Darsteller werden von der Regie im Stich gelassen. Also du merkst, dass jeder chargiert hier so gut er kann mit dem Material, das ihm zur Verfügung steht. Aber da ist nicht wirklich eine klare Linie. Also wir haben schon am Anfang erwähnt, dass dieser Adam Cooper nicht der erfahrenste ist. Und ich habe anhand dieses Films hier, würde ich jetzt sagen, Schauspielerführung ist jetzt nicht seine größte Stärke als Regisseur. Ja, sehe ich genau so. Aber es war ein netter Versuch, Zero, um dein Fazit herumzukommen. Klickeler war versucht, aber trotzdem. Aber ich brauche jetzt trotzdem ein Fazit von dir. Ja, okay, also hat es leicht rausgehört. Ich fand ihn ja deutlich besser als ihr. Ich sehe es aber ganz genauso, dass er aus mehreren Gründen definitiv kein Kinofilm ist. So als nette Blu-ray hätte er mir auch gefallen. Aber es ändert nicht meine Meinung, dass ich das Thema interessant fand. Gerade auch als Darsteller ganz vorne ran Russell Crowe. Und ich fand auch, unsere Pham Fatal fand ich gar nicht so verkehrt. Ich fand dieses Drüberspielen gerade richtig passend. Und ja, Who Let's The Dogs Out? Ich würde sagen, wartet bis der Streaming kommt und guckt euch den Film an. Ist in dem Punkt dann doch ein solider Thriller, aber kein Kinogang wert. Okay, gut, dann haben wir es geschafft. Dann können wir jetzt wieder zurück in die Hundehütte. Und damit haben wir das Dutzend an schlechten Hunde-Wortspielen voll. Super, ich glaube, wir haben heute abgeliefert. Also klar, Zero hat da vor allem abgeliefert. Chris, ich war bei dir heute ein bisschen enttäuscht. Das kannst du besser. Vielleicht beim nächsten Mal bei Waking Dogs oder wie immer die Fortsetzung dann heißen wird. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-Stammtisch.de Und wir haben auch einen ganz, ganz tollen Discord-Community-Server. tele-Stammtisch.de slash Discord. Könnt ihr einfach mal draufgehen und mit uns zu reden über Serien, über Filme und über sonstige Sachen. Da könnt ihr uns auch gerne eine Meinung dalassen, wie ihr uns findet. Natürlich findet ihr uns großartig. Wie kann man Zero nicht mögen? Exakt. Ja, also mit diesem Hundeblick. Das ist ja, oh gut, jetzt haben wir elf Witze. Ja, du bist ein ganz schön falscher Hund, sage ich dir. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, dann sagt dir Zero Tschüss und dem Christgebühr das letzte Wort. Tschüss. Ich verabschiede mich mit sehr schlauen Worten, die mir gerade eingefallen sind. Wer zu oft mit dem eigenen Schwanz wedelt, dem wachsen Haare auf den Pfoten. Sehr gut. Ich wollte jetzt Gassi gehen, aber ich habe vergessen, wohin. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Wuff, wuff. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.